Ich bin ganz aufgeregt. Und jetzt steigt die Spannung natürlich fast ins Unamwässliche, denn es geht jetzt um das oberste Podest auf unserem Stockerl. Es ist... Sieg die Warme an, Thomas. Wir sollen mit sehr viel Selbstvertrauen in den Bewerb gangen. Aber jetzt, wie ich die zwei Stockerl-Plätze vor uns gesehen habe, habe ich mir gedacht, wieder nichts. Die Überraschung und die Freude umso größer. Wir haben schon gewusst, dass Tiere punkten könnten, wenn man die kleinen süßen Affen gesehen hat und auch die wirklich imposanten Adler. Aber dass es für den Sieg reicht, da hat natürlich ganz viel Glück und ganz viel Anrufe von Ihnen daheim dazu gehört. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Ich bin total überwältigt. Wir haben natürlich gehofft, dass wir gewinnen, aber wir haben so tolle Mitbewerber gehabt. Also gratuliere auch allen anderen und ich bin überglücklich für die Burglandskron, den Adlern und den Affen.